...anderen Job umzusehen. Wenn ich zulassen würde, dass meine ehrlichen Meinungen in einer Ausgabe meiner Zeitungen erscheinen, ginge es keine 24 Stunden und meine Berufstätigkeit wäre vorbei. Das Geschäft des Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, rundheraus zu lügen und zu verdrehen und zu verleumden, zu Füßen des Mammons zu kriechen und sein Land und sein Geschlecht für sein tägliches Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es. Und was für eine Dummheit ist dieses Anstoßen auf eine freie Presse. Wir sind die Hämpelmänner, die tanzen, wenn sie an den Fäden ziehen. Unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten und unser Leben sind alle das Eigentum anderer Leute. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Wer kennt dieses Zitat? Einige schon. Es ist nicht ganz neu, es stammt aus dem Jahre 1880. Er sagt, das ist John Swinton, der damalige Chefredakteur der New York Times. Allerdings an seinem letzten Arbeitstag. Er hatte dort nicht mehr so viel zu verlieren, wie unser Kollege hier, der vorhin gerade gestochen hat. Und es hat sich leider bis heute nicht wirklich etwas daran geändert. Im Gegenteil. Es ist gleich im Anschluss an dieses Zitat relativ bald schon losgegangen, dass die beiden größten Verlagshäuser der USA, Pulitzer und Hearst, eine große Aufgabe erhalten haben. Und zwar hatte Spanien noch ein bisschen etwas, was diesen starken, mächtigen Männern, die diese Fäden in der Hand halten, interessiert hätte. Und zwar ein paar Kolonien, nicht mehr viele aus dem spanischen Kolonialreich, aber doch noch ein paar, wo Geldinteressen dahinter steckten. Es waren einmal ein paar karibische Inseln, wie zum Beispiel Kuba und Puerto Rico. Dort ging es um Zuckerrohr. Oder es waren die Philippinen, dort ging es um Handelswege mit Asien. Nun drohte das Ganze zu kippen. Es gab ein System. Und es gab ein System, das diesen starken Männern auch den meisten Profit aus diesen Handelswegen und aus dem Zuckerrohr gestattete. Aber es drohte zu kippen, weil die Bevölkerung in diesen Kolonien nicht mehr besonders zufrieden war mit der Regierung Spaniens. Und im Falle einer Revolution wäre es möglicherweise passiert, dass zum Beispiel die Zuckerrohrplantagen verstaatlicht worden wären. Dem galt es entgegenzuhalten. Und diese großen Verlagshäuser, damals extrem mächtig, wurden angehalten, eben Spanien zu diffamieren, Jahre hinweg und einen Krieg vorzubereiten. Das hat man gemacht. Die Bevölkerung, am Anfang noch ziemlich uninteressiert, wurde immer mehr und mehr mit Gräulentaten der Spanier gefüttert. Zusätzlich wurde die Bevölkerung in den jeweiligen Kolonien ausgestattet. Alle guten Dinge sind dreimal, jawohl! Wir wollen, jetzt? Ein Moment noch. Was war die Zensur? Die Zensur! Hallo? Okay, super. Wurden aufgestattet gegen ihre spanischen Verwaltungsherren, oder wie man es nennen möchte. Und man brauchte natürlich einen echten Zünder, ein Ereignis, das dann richtig auch vom Damm bricht. Und dieses Ereignis kam Ende Januar, Mitte Februar 1898. Ich weiß, vielleicht sind nicht viele von euch wirklich geschichtsinteressiert. Es ist spannend zu sehen, wie lange dieser Zustand, der hier von dem Kollegen Stefan beschrieben wurde, schon aufrichtig ist. Am Ende Januar 1898 schickte die US-Regierung damals von Präsident McKinley ein amerikanisches Schlachtschiff, die USS Maine, in den Hafen von Havanna, als einen Freundschaftsbesuch. Dieses Schiff befand sich dort circa zwei Wochen, bevor es plötzlich aus ungeklärtem Grund in die Luft flog. 266 Marinesoldaten kamen ums Leben. Und sogar die Navy-Offiziere hielten das Ganze für einen Unfall. Nicht so die US-Regierung, die sofort Spanien den Grund gab oder die Schuld zuschob und Spanien zu Terroristen erklärte und behauptete, das Schiff wäre vom Hafen Havannas aus torpediert worden. Die Spanier dementierten das, forderten eine unabhängige Untersuchungskommission. Diese wurde verweigert, es gab keine Zeit mehr. Die USA erklärten Spanien den Krieg. Der Krieg dauerte circa ein halbes Jahr, kostete einigen tausend Männern das Leben. Die USA gewannen alle die Kontrolle über alle diese ehemaligen spanischen Kolumbien. 1976 dann, hat dann eine unabhängige Taucherkommission sich das Wrack nochmal angeschaut und festgestellt, dass die Explosion des Schiffes von innen kam. Es gab einen Präsidenten, der viel riskiert hat und am Ende auch verloren hat. Ich habe ihn letztes Mal schon zitiert. Ich möchte nochmal etwas zitieren von ihm. Und zwar Kennedy. Drei Monate nach der Abschiedsrede von seinem Vorgänger Eisenhower, in dem er vor der Machtübernahme durch den militärisch-industriellen Komplex gewarnt hat, hielt Kennedy eine Rede vor den mächtigsten Verlegern und Vertretern der Medien in den USA und versuchte sie für die US-Regierung als Partner zu gewinnen. Allerdings nicht als Lakai, sondern wirklich als Partner, der auch die US-Regierung hätte kontrollieren sollen. Er sagte wörtlich, ich habe es ein bisschen gefürzt, was wirklich lang gewesen wäre sonst, Ich möchte über unsere gemeinsame Verantwortung im Angesicht einer Gefahr reden, die uns alle betrifft. Die Ereignisse der letzten Wochen haben vielleicht geholfen, diese Herausforderung für einige zu erhellen. Aber die Dimensionen der Bedrohung waren seit Jahren am Horizont zu erkennen, was auch immer unsere Hoffnungen für die Zukunft sind, diese Bedrohung zu reduzieren oder mit ihr zu leben. Es gibt kein Entkommen vor ihr, weder vor der Schwere noch der Totalität ihrer Herausforderungen für unser Überleben und unsere Sicherheit. Es ist eine Herausforderung, die uns auf außergewöhnliche Weise in jeglicher Sphäre menschlicher Aktivitäten konfrontiert. Diese tödliche Herausforderung stellt an unsere Gesellschaft zwei Anforderungen, die den Präsidenten und die Presse direkt betreffen. Zwei Ansprüche, die fast widersprüchlich zu sein scheinen, die aber in Einklang gebracht und denen wir gerecht werden müssen, damit wir dieser nationalen und großen Gefahr begegnen können. Ich spreche zuerst über die Notwendigkeit weit größerer öffentlicher Informationen und zweitens über die Notwendigkeit weit größerer amtlicher Geheimhaltung. Allein das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft unannehmbar. Und als Volk sind wir von Natur aus und historische Gegner von Geheimgesellschaften, geheimen Eiden und geheimen Beratungen. Wir entschieden schon vor langer Zeit, dass die Gefahren exzessiver ungerechtfertigter Geheimhaltung sachdienlicher Fakten die Gefahren bei Weitem überwiegen, mit denen die Geheimhaltung gerechtfertigt wird. Selbst heute hat es wenig Wert, den Gefahren, die von einer abgeschotteten Gesellschaft ausgehen, zu begegnen, indem man die gleichen willkürlichen Beschränkungen nachahmt. Es gibt die schwerwiegende Gefahr, dass ein verkündetes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit von den Ängsten dazu benutzt wird, seine Bedeutung auf die Grenzen amtlicher Zensur und Geheimhaltung auszuweiten. Ich beabsichtige nicht, dies zu erlauben, soweit es in meiner Macht steht. Und kein Beamter meiner Regierung, ob sein Rang hoch oder niedrig sei, zivil oder militärisch, sollte meine Worte von heute Abend als Entschuldigung dafür interpretieren, die Nachrichten zu zensieren, Widerspruch zu unterdrücken, unsere Fehler zu vertuschen oder vor der Presse oder der Öffentlichkeit Fakten fernzuhalten, die sie zu wissen begehren. Aber ich bitte jeden Herausgeber, jeden Chefredakteur und jeden Nachrichtenmann der Nation, seine Geflogenheiten erneut zu untersuchen und die Natur der großen Bedrohung für unsere Nation wahrzunehmen. Denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflussphäre auszudehnen. Auf Infiltration statt Invasion, auf Unterwanderung anstatt Wahlen, auf Einschüchterung anstatt freier Wahl, auf nächtliche Guerilla-Angriffe anstatt auf Armeen am Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine eng verbundene, komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht gelobt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt. Kein Gerücht wird gedruckt. Kein Geheimnis wird enthüllt. Sie dirigiert den Kalten Krieg mit einer, kurz gesagt, Kriegsdisziplin, die keine Demokratie jemals aufzubringen, erhoffen oder wünschen könnte. Kein Präsident sollte eine öffentliche Prüfung seines Programms füchten. Denn aus so einer Prüfung kommt Verstehen und wird vom Verstehen, vom Verstehen, kommt Unterstützung oder Opposition. Und beides ist notwendig. Ich bitte Ihre Zeitungen nicht, die Regierung zu unterstützen. Aber ich bitte Sie um Ihre Mithilfe bei der enormen Aufgabe, das amerikanische Volk zu informieren und zu alarmieren, weil ich vollstes Vertrauen in die Reaktion und das Engagement unserer Bürger habe, wenn sie über alles uneingeschränkt informiert werden. Ich will die Kontroversen unter Ihren Lesern nicht nur nicht ersticken. Ich begrüße Sie sogar. Anders als was wir vorhin gehört haben, das ständige Verschwinden und teilweise Verbieten von Leserkommentaren, wie zum Beispiel in Deutschland, in der Welt oder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich will die Kontroversen unter Ihren Lesern also nicht mehr ersticken. Ich begrüße Sie sogar. Meine Regierung will auch ehrlich zu Ihren Fehlern stehen, weil ein kluger Mann einst sagte, Irrtümer werden erst zu Fehlern, wenn man sich weigert, sie zu korrigieren. Wir haben die Absicht, volle Verantwortung für unsere Fehler zu übernehmen und wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns darauf hinweisen, wenn wir das versäumen. Ohne Debatte, ohne Kritik kann keine Regierung und kein Land erfolgreich sein. Und keine Republik kann überleben. Die Presse ist nicht deshalb das einzige Geschäft, das durch ihre Verfassung spezifisch geschützt wird. Um zu amüsieren und die Leser zu gewinnen, nicht um das Triviale und Sentimentale zu fördern, nicht um dem Publikum immer das zu geben, was es gerade will, sondern um über Gefahren und Möglichkeiten zu informieren, um aufzurütteln und zu reflektieren, um unsere Krisen festzustellen und unsere Möglichkeiten aufzuzeigen, um zu führen, zu formen, zu bilden und manchmal sogar die öffentliche Meinung herauszufordern. Das alles bedeutet mehr Berichte und Analysen von internationalen Ereignissen, denn das alles ist heute nicht mehr weit weg, sondern ganz in der Nähe und zu Hause. Das bedeutet mehr Aufmerksamkeit für besseres Verständnis, der Nachrichten sowie verbesserte Berichterstattung. Und es bedeutet schließlich, dass die Regierung auf allen Ebenen ihre Verpflichtung erfüllen muss, sie mit den bestmöglichen Informationen zu versorgen und dabei die Beschränkungen durch die nationale Sicherheit möglichst gering zu halten. So ist es die Presse, die Protokollführerin der Taten des Menschen, die Bewahrerin seines Gewissens, die Boten seiner Nachrichten und der wir Stärke und Beistand suchen. Zuversichtlich, dass mit ihrer Hilfe der Mensch das sein wird, wozu er geboren wurde, frei und unabhängig. Inwieweit erfüllt das die Presse? Die Pressevertreter klatschten Beifall und veröffentlichten diese Rede vom Präsidenten Kennedy nicht. Man findet sie übrigens heute in seiner eigenen Bibliothek. Online kann man es nicht unterhalten. Sie taten nach Kennedy, was sie schon vor Kennedy taten, sie waren die Prostituierten der reichen Mänger. Ich möchte vielleicht hierzu sagen, ich entschuldige mich, falls hier Prostituierte sitzen, ich meine das natürlich nicht persönlich, so verwendet die Argumentation von Zwiebeln. Passt nicht. Passt nicht. Sie fragten George W. Bush beispielsweise nicht, was er mit folgender Aussage drei Monate nach dem 11. September 2001 meinte. Ich zitiere. Ich saß draußen, außerhalb des Klassenzimmers, darauf wartend reinzugehen und ich sah ein Flugzeug, das den Turm trat am Fenster, äh am Fernseher. Äh, der Fernseher war offensichtlich an und ich bin selbst geflogen und ich dachte mir nur, da muss ein schlechter Pilot am Werk gewesen sein. Und ich sagte mir, das muss ein furchtbares Unglück sein. Sie fragten nicht, Mr. President, wie ist das möglich? Wo sahen Sie diesen Einschlag? Kein Fernsehsender übertrug diesen Einschlag vom ersten Flugzeug. Lassen Sie verschiedene US-Wolkenkratzer rund um die Uhr filmen und sehen sich die Bilder im Auto an. Wie konnten Sie das erste Flugzeug in den Türme fliegen sehen, ohne zu wissen, dass dort ein Einschlag passieren würde? Während des zweiten Einschlages saßen Sie ja bereits im Klassenzimmer und lasen den Kindern die Geschichte vom Wolf und den sieben Geißlein vor, als sie das Buch verkehrt herumhielten. Wo sind die Fragen von unserer Presse, wie die vierte Macht im Staat sein sollte? Ich habe noch ein paar Beispiele aktueller Art vorbereitet. Ich möchte nur auf eins eingehen und nicht mehr alle nennen. Ein abstruses, das vor kurzem, ich glaube letzte Woche aktuell war, unser sauberer Kommissionspräsident Barroso hat behauptet, Wladimir Putin hätte Ihnen einen persönlichen Telefonat gedroht, er könnte in zwei Wochen Kiew einnehmen. Ein amerikanischer Geschichts- oder Historiker hat daraufhin geantwortet, den Schwachsinn hat Putin sicher nicht gesagt, weil würde das Russland wirklich wollen, hätte Putin nicht gesagt, wir brauchen nur zu 14 Tage, sondern maximal 14 Stunden. Sei es drum. Ich habe das damals auch nicht so ganz glauben können und habe gewartet, was passiert. Es ist relativ schnell, was passiert. Und zwar hat Russland sich natürlich aufgeregt über diese Behauptung und es gab eine Presseerklärung, in dieser wurde Barroso aufgefordert, diese Sache klarzustellen. Putin hat eine solche Aussage wie in dieser Form gebracht, ist aus dem Zusammenhang gerissen, so wie man es vermuten konnte. Und falls Barroso das nicht klarstellt, dann würde der Kreml in zwei Tagen das gesamte Telefonat veröffentlichen und Barroso als Lügner hinstellen. So. Diese erste Geschichte, nämlich von diesen zwei Wochen, kam, glaube ich, in jeder Presse im Westen. In aller aller, wirklich jeder. Am 4. September kam dann die Meldung, die EU-Kommission ruderte rechtzeitig zurück, bevor das Telefonat veröffentlicht wurde. Allerdings nicht in der deutschen Presse, nicht in der österreichischen Presse. Nein, ihr könnt es nachlesen übrigens, online finden, einfach am Wall Street Journal und gebt rein in Google, Wall Street Journal, Barroso, Putin, 4. September. Und ihr habt den ganzen Artikel. Die EU-Kommission entschuldigt sich für einen aus dem Zusammenhang gerissenen Inhalt, der in dieser Form nie hätte an die Öffentlichkeit gelangen können. Ich weiß, es ist schwer, immer wieder und immer wieder mit den Freunden und Bekannten, die unseren Mist nicht hören wollen, darüber zu sprechen. Und auch wenn unsere Bemühungen hier nicht von Erfolg gekrönt sein werden, dass wir doch wieder in einen kalten oder einen heißen Krieg hineinschlittern. Deswegen trotzdem, also zumindest für mich persönlich, ich werde nicht aufhören, immer und immer wieder darüber zu sprechen. Ganz einfach, weil ich niemals in die Situation kommen möchte, dass eines Tages ich sagen muss, ja, ich habe gewusst, dass vieles nicht in Ordnung ist, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ich wünsche einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt haben wir jemanden, der muss...